Oh scheiße. Nein. Oh. Nein. Sag jetzt nicht, dass du mir eine Wunde gefallen bist. Okay, dann weiß ich jetzt schon, wer Trader ist. Oh. So, wo ist denn bitte der andere? Geht's, Ed? Oh Gott, was für eine Begrüßung. Meine Fresse. So, wieder da. Also, wenn deine beiden Freunde mitspielen würden und wir zu 15, dann könnte man auch auf dem leeren Server gehen, dass das dann irgendwie entspricht. Ich bin auf dem fast leeren Server und tritt mal bei... Du warst das! Ich hab gedacht, das ist der andere. Da ist kein andere mehr drauf. Doch! Warte mal, der ist rausgegangen. Da war so ein Typ mit einem Creeper-Bild. SMS? Oh. Hey, GZ. Ich hab meine Meinung geändert. Lassen wir uns treffen. Ja, aber auf mich zu... Mann! Lass mich doch nicht SMS schreiben, du Affe, Alter! Hast du ihn getötet, oder was? Böse, 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 GZ. Böse. Also, wirklich. GZ, wo bist du? In der Wasserparadies. Bisschen genauer, wenn's geht. Im Paradies. In welchem Paradies? Bitte, definiere. Der Wunderparadies. Gott, ich schlag dich gleich mit einer Schrotflinte. Er ist links neben dir. Linken was? Ja, dann im Wasser ist er. Im Wasser? Uh. Er schwimmt da umher. Da, wenn du hoch... Ja, du musst es jetzt sehen, wenn du nach rechts guckst. Da, nach rechts, guck nach rechts. Da. Ich bin blind, tut mir leid. Ja, dann guck jetzt nach links. Ich hüpf da links raus. Ich will... Guck, da, da ist er, da ist er, da ist er. Aua! Nein! Nein! Was zum Teufel ist das mit der Strömung hier trennen? Das ist ja gemeingefährlich. Tanz! Tanz! Oh, das ist zu schön. Tut mir leid. Ich hab nicht gewusst, dass du mir noch so viel Schaden hinzufügst. Also, danke, GZ. Bitte. Also, du warst ein Traitor. Also, wirklich. Bin schwer enttäuscht von dir. Ich von dir auch. Warum? Weil ich innocent war? Allzu wirklich. Nein, du hast mich erschossen. Achso, wenn das alles war, warum du so auf mich bist. Nicht wirklich. Ich bin damit auch erleichtert. Was jetzt? Entscheide dich. Hey, Willy. Ich bin erleichtert. Das ist echt ein guter, ne? Ach, egal. Jetzt bin ich nicht mehr Traitor. Da bin ich mir nicht so sicher, wenn ich mir so die letzten paar Runden angucke. Komm her, GZ. Du bist ein Traitor. Komm her. Was denn? GZ, komm her. Nein. GZ, KOS, GZ. KOS, GZ. Du bist ein Traitor. Nein, bin ich nicht. Also, wirklich. Ich bin freundlich, okay? Ich werd nicht schießen. Ich bin auch freundlich. Deswegen zielst du nur die ganze Zeit auf mich. Aua. Twitter. Was? Nein, nein. GZ, GZ. Jetzt warte mal ganz kurz. Was? Wohle. Du bist natürlich runter. Deine Blutspur verraten, wo du hingegangen bist. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Tut mir leid, GZ, GZ, was noch nicht persönlich ist oder irgendetwas. Ganz schön zu sehen, dass es mein Deutsch geknallt hat. Oh. Ja, toll. Jetzt ist es wie die da oben. Komm raus, du kleiner Traitor. So. Ich weiß, dass du es bist. Ich habe mich mal nicht dicht. Geht nicht. Scheiße. Ich hatte bloß eine Pistole als Waffe, die ich ein bisschen weiterverwenden konnte. Noob. Ach, du hattest ein Schauschützengewehr. Das erklärt so einig. Da, fuck. Ich kann die Waffe nicht aufnehmen. Ja, gut, wie die Waffen hier platziert worden sind. Also, wow, respekt. Joee, du stehst. Bitte hör auf, Flor. Bitte. 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 Zur Titte. Der war jetzt wirklich gut. Komm, lass uns alle irgendwo treffen. Wenn die Party damit zu tun hat, dass ich dich gleich erschießen werde, weil du mich zum x-ten Mal mit dem Schauschützengewehr entledigt hast, dann gerne. Ja. Diese Party würde ich auch feiern. Was? Wo ist Bursch? Na, George W. Butch. Wo geht's denn, Jan? Äh, GZ. Immer mit der Ruhe. GZ. GZ. Was? George Bursch ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Und überhaupt, wo seid ihr zwei überhaupt, wenn ich mal fragen darf. GZ habe ich gerade gesehen, aber das, GZ. GZ ist es! Äh, CSS? Töte, GZ. Sag doch einfach KOS. Meine Güte. Nein, du hast COS gesagt. GZ ist es. Nein. Was seid ihr? Ja, haupt. Ja, haupt. Mitten in Berlin. Mitten in Berlin. Ja, haupt. Geh hinter dir die Tür durch. Nein. Da, fuck. Da, geht er durch. Da, fuck, Junge. Er schreckt mich doch nicht so. Nein. Nein. Nichts. Nichts. Was betreibt ihr eigentlich? Ne, ja, die Tür raus. Geh nach links. Geh geradeaus. Nein, links. Geradeaus. Sag mal, wie viele Türen kann man hier überhaupt verwenden? Das ist nicht schlecht. Oh Gott. Ja, GZ zu. Hinter dir. Geradeaus, dann geht... So, jetzt hinter dir lang. Mit wem redest du jetzt überhaupt? Okay, jetzt sag wo. Geradeaus. Okay. Durch die Tür da vorne. Okay. Durch die andere Tür auch noch. Geradeaus. Die hier? Geradeaus. 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 Oh. Ich hab gar nicht gewusst, dass... Oh stimmt, ja. Komplett vergessen. Jetzt gehst du links lang. Psch, pscht, 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 pscht. Wir wollen doch nicht, dass er weiß, wann ich komme. Das wird doch die Überraschung ruinieren. Und da gehst du jetzt nochmal rechts und rechts und dann nochmal links und dann... Alter, wie viel Blutspur... Wow. Was zum... Du hast mich durch die Wand erschossen. Ich hab gemeint, die Tür war offen. Nein! Du standst bei mir eigentlich hinter dem Glas. Noll. Oh, GZ, du Camber. Oh Gott. Ja. Ja, schön hier. Oh, guten Tag. Du hattest Glück, GZ. Du hattest Glück. In der nächsten Runde wirst du die nicht mehr haben. Ja. Hoffentlich macht's Spaß, diese Melone zu zerstören. Wieso? 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 Wieso ich? Ja, wieso... Du kannst... Nein, wieso wurde ich erschossen? Nicht du! Das wollte ich nur wissen. Warte mal. Ist das so nicht schlafen? Oh. 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 Fuck off. Jeder, der zu nahe kommt, wird erschossen. Ganz einfach, dieses Spiel. Fuck off! Ihr habt doch gesagt, jeder der zu... Jetzt verschwinde! Was macht ihr denn? Der versucht mich zu erschießen. Lass... Lass... Hör auf, den zu erschießen, Tod. Und dann erschießt du mich. Danke, Flo. Diese Hilfe konnte ich mir auch ersparen. Nett, wie irgendwie GZ hier dran sitzt. Auch angesetzt. Alter Schwede! Ja. Kann es sein, dass Mr. Flo zu lange in CSS verbracht hat? Nein. Was?! Ach du kleiner Penner! Ich hab auf unsere Willy erschießen wollen! Da läuft immer noch da unten rum! Das erledigen wenigstens! Der ist fast tot! Nicht meine... Junge. GZ, du weißt nicht, was du dich gerade eben reingebracht hast. Was? Natürlich warst du Traitor! Natürlich! Muss ich dich jetzt jede Runde erschießen, um sicher zu gehen, dass du kein Traitor bist? Kannst du besuchen! Aber ich bin auch... Allerdings ne CS Code-Zucker! Du weißt mir aber auch, du gerade eben erschossen, weil du von hinten angekrochen kommen bist! Geht's jetzt! Ja... Das war's ja schön von dir! Es ist nicht irgendwie erstaunlich, ich hab 140 Videos und hab nur 21 Abonnenten! Wieviel? Es ist nicht irgendwie ein bisschen erstaunlich, dass ich nur 40... ne... 140 Videos habe und 21 Abonnenten habe? Äh... Wenn ich mich so ein bisschen zurückversetze in YouTube, dann... Nö! GZ! 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 Verfolg mich! Lass nicht! Junge, warum schießt du gleich auf mich? Du schießt mich! Irgendwie fun! In dem ich existier? Ja! Junge! Trigger Happy! Meine Fresse! Bist du jetzt tot oder wie? Nein! Halt das einmal vor! Oh, danke! GZ, dass du mich verschont hast! Sehr nett von dir! Mag ich nicht bei jedem! Junge, du kannst aber auch frustern, dass du nicht direkt neben mir sitzt! Das kann ich dir schon mal sagen! Nein! 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 Hahaha! Kammer, das Schöne! Ah! Flora! Du lebst doch wahrscheinlich wieder! Nein! Ich lebe nicht! Deine Mutter lebt! Ich höre dich! Außer! Alter! Leg dich nicht mit mir an! Hörst du ihn überhaupt? Ja! Ich höre ihn gar nicht! Junge! Junge! Ich weiß nicht, wie er das schafft! Ich weiß nicht, wie er das schafft! Ja, er ist CSS-Zocker und ich bin CSS-Zocker! Ja, guck ich sag nichts mehr! Wenn wir mal zu GTA kommen, dann können wir reden! Dann wisst ihr wie es ist die ganze Zeit zu verlieren! Wacht doch Teebeutel! Oh! Teebeutel! Verstehe! Juhu! Oh, zum Teufel ist jetzt meine Waffe geflogen! Ja, fuck! Oh Gott! Ich hab die Scheiße im G! Ah! Die Scheiße im G! Ja, die Scheiße im G! Der! Die Scheiße im G! Kann scheißen! Wow! GZ? Ja! Wo bist du? Zeug ich dir nicht! Wo bist du? Zeug ich dir nicht! Wo bist du? Zeug ich dir nicht! Wo bist du? Zuhause! Oh, okay! So wie du! Das weiß ja du nicht! Ich könnte gerade eben sonst wo sitzen! Wir sind doch alle in die Spielzimmer! Weißt du ja nicht! Äh, meinst du ne ganz blöde Frage! Er schießt du euch gerade eben! Mehr ohne weniger! Das beruhigt mich! Das beruhigt mich! Heilige Scheiße! Meine Güte! das beruhigt mich! Das beruhigt mich! Ich habe das beruhigt! Das beruhigt mich! einfach machst du nein 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 ich bin glücklich noch keine ahnung frage ich bleibe mein klein wenn ich nicht kennen kannst was ist dann geht es du musst nicht töten können das bin ich mir nicht sicher wenn ich jedes mal 1 schattet mit dem sniper floh warum bist du nicht bei skype dein mutter da immer da ach ja bevor ich vergesse ich hasse dich weil du mich die ganze once hittest mit waffen